Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Balouis Adventskalender. Heute wieder in meiner Tonaufnahmekabine. Und wir haben heute den 21.12. haben wir gar nicht. Wir haben heute den 22. Aber ich mache das 21. Kläppchen auf, weil ich nämlich leider im Moment einen Tag hinterher hänke. Und es ist ein Schaukelsturz. Schön. Das esse ich gleich. Und ich hänge hinterher, weil ich am Wochenende schon wieder zwei Tage on Tour war, konzertmäßig und so. Und ich habe auch auf diesem Konzert wieder mal mitfilmen lassen. Ich habe nämlich ein Liedchen gesungen, das heißt Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Und das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß damit. Of the other Rainiers Used to happen inidades They never had for Rudolph A giant discontinuelle誰 Henfield for one Christmas Eve Santa came to sing Rudolph is here now so bright Oh, shoot, I might explain good life. Let all the rain near the fountain, Esselst shall be down with rain. Rudolf the Randall's bringing in wind, You're without history. I stand by the springteer, Rudolf wurde es gewandt Und seine rote Nase War im ganzen Land verkannt. Sie leuchtet nachts im Dunkeln, Heller noch an jeder Stern. Trotzdem war Rudolf traurig, Denn nicht einer hat ihn gern. Dann, an rietem Nebeltag Kommt der Weihnachtsmann Rudolf zeigen wir den Weg Für den Schlitten sicher an. Rudolf hat er vielen Freunden Über alles erbeliebt Wie es nur einen Rudolf Mit ner roten Nase geht 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 Und zu euch rede Die erfahrt ihr morgen Oder auch heute noch am 22. Kläppchen Dies kommt aber erst irgendwann Heute Nacht So gegen 11, 12 Uhr Damit bin ich zumindest So mal halb wieder im Rhythmus Da erfahrt ihr Warum ich eigentlich hier drin stehe Und was ich aufgenommen habe Ich sag euch es wird toll Es wird schön Und wir sehen uns dann morgen Heute morgen Ihr versteht das schon Bis zum 22. halt Danke fürs zugucken Und bis dann Ciao Ciao